Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited World Red. Wir machen weiter. In das nächste Gebiet gehen wir mal. Ne, broke dich nämlich diesmal nicht mit. Ruffy... Sanji und Nami. So, jetzt bin ich mal gespannt, in welches Gebiet wir jetzt gehen. So viele gibt es jetzt auch wieder nicht mehr, wenn ich so die Charaktere gesehen habe. Was uns verbindet. Oh, Shanks ist hier bestimmt. Sieht aus wie die Heimatstadt von Ruffy. Jetzt ist es woher? Wer ist da, wer ist da, wer ist da, wer ist da? Warte, ich weiß nicht, oder? Hier ist... Was ist das? Das ist das Luffy, die du kennst? Das ist… Das ist das Luffy, die du kennst. Nimm einen Tor! Wo bist du? Du bist so hier jetzt! Du bist so hier! Du bist so hier! Vielleicht sollst du dir aber nicht gewinnen?! Du bist so am besten! Wie ist das? ja ich seh da vorne in der kiste legendäres meh also es sind ja noch gegner dort deswegen geht es gut nicht hey blöde biene so gefangen wo noch spiel gewinne ich hier wieder nichts ja wie immer sondern es hätten halt dass ich da mal was gewinnt arz und ist von der franke wir gehen mal tief in die stadt aber ich glaube wie es aus komme ich hier erst noch gar nicht weiter ich muss erst mit dem anderen weg gehen ich heiße jetzt auf die bühne mal gekocht ja sanjee besuchst du ihm weg Jettobazuga! Jettobazuga! Achso, ja, ist so klar. Findet das Versteck im Schatten des friedvollen Dorfes und hol das Wort. Äh, ja. Achso, ausweichen hat er gemacht. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Ich nehme lieber Sanji wegen Skywalk. Okay. Muss ich jetzt wieder zurücklatschen? Okay. Okay. Oh, Sanji ist Leben hochgekommen. Okay. Er ist Leben hochgekommen. Okay. Er ist Leben hochgekommen. Okay. Okay. Er ist Leben hochgekommen. Fickt euch. Er lebt ja immer noch. Obwohl die ne Team-Attacke in die Fresse bekommen haben. Ist das furchtbar. Ja. Oh! Naja, ich bin da an mich! Ich bin da! Aha. Ich frage mich jetzt, wo die Kiste ist. Ähm. Ja, wo kriege ich das Wort her? Okay. Nein. Hä? Bin ich jetzt zu doof dafür oder was ist los? Ich will gerade jetzt echt nicht, wie es weitergeht. Finde das Versteck im Schatten des friedvollen Dorfs. Im Schatten. Okay. Oh Gott. Wie bescheuert. Das haben sie ja echt behindert jetzt versteckt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes kommt. Schön, Toro. Du bist aber noch nicht mehr dabei. Luffy. Okay. Okay. immer recht skywalk Oh, Wölfe Oh, okay Zorro brauche ich dazu Oh, Raffi ist einfach gekommen, das ist schon mal gut Oh, Wölfe Ich wechsle jetzt, wenn wir auf den wieder So Ich bin mal gespannt, ob man Ah, ne, ich weiß es eigentlich schon, Zorro gibt es ja hier gar nicht So Noch die zwei Wölfe hier Pflaumen Na, geht doch Hm, die Brücke Na ja So ist's Leben Also, dazu brauche ich wieder Nico Robin Da kommt bestimmt Kampf Oder auch nicht Na, warts ab Hier muss ich das Wort holen, da ist bestimmt nachher wieder so eine Mauer Das wäre so klischeehaft Schabba habe ich auch nicht dabei Na, eigentlich Ich dachte, der Wolf stimmt gar nicht mehr Nein, ich wollte Karte. Ja, sehe ich jetzt schon. Was? Besiege die Kreaturen mit den scharfen Klauen und holt das Wort. Besiege die außergewöhnlichen starken Kreaturen und holt das Wort. Ey, das hört sich ja spaßig an. So, Team-Attacke. Scheiß Bären. Okay, ein, ah, zwei Bären. Okay, doch noch mal einer. So, der erste Schatz. Fehlt aber noch einer. Oh, der Name ist never hochgekommen. Geil. Wo war er noch? Ach ja, noch eins weiter hinten. Skywalk? So. Oh, Gorillaz. Retto-Hawk. Retto-Hawk. Oh man, Gorillaz. So, letzter Gorilla. Schatzkessel erschien. Nicht mal der Sense-Mann. Noch ein starkes Wort. Ich bin gespannt, ob da noch ein Gebiet kommt. Aber da wird jetzt entweder Ace oder... ...Shanks kommen. ...Näh, wie öde. ...Näh, wie öde. Scheiß Gorilla. Stopp. Gum-Gum-Peitsche. Gum-Gum. outreach und Ami, was wusstest du mich überhaupt? Okay. So viele noch. Wurden so viele wieder gespawnt. Scheiß Bär. So. Scheiß Wolf. Weitere ist. Just eine Idee! Jetzt kommt es rein! Ach, jetzt kommt es rein! Ach, was auch nicht. Ah! Hier ist es? Man hat und Ace ist ein Schwimmel. Das Schwimmel. Das ist ein Brot. Na, warum haben die Brot? Ja, noch ein... Ich habe noch einen, Luffy. Ach, das ist so. Ich habe keine Beleidung, oder? Ja. Ja. Lauf, Luffy! Hier haben wir uns... Nein, ich mache das. Aber... Ich mache das, Luffy. Ich mache das. Das ist nicht der Erste. Los geht's! Luffy! Ja, ey. Super. Ey, ich habe doch ausweichen gedrückt. So ein Arsch. Ey, ich drücke doch ausweichen. Pisser. Ey, was soll man da machen, wenn das nicht mal klappt? Pisser. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ey. Ey. Ich bin jetzt auf den Sack. Jetzt aber. Elefant-Dokan? Oh shit. Shit, 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 shit. Das tut jetzt weh. Das tut jetzt hellisch weh. Habe ich nicht gesagt. Oh genau. Brettal Hulk? Brettal Hulk? Töne. 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 Get-Töne. Töne. 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 Alter, wie knapp. Geht doch. Das ist das Rufi, nicht wahr? Warum können wir mit diesem Mannen kämpfen? Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir mit dem Mannen kämpfen. Es ist wichtig, dass wir mit dem Mannen kämpfen. Was ist das, was ihr? Was ist das, was der Mannen kämpft? Was ist das, was der Mannen kämpft? Was ist das, was der Mannen kämpft? Sie können nicht wissen, dass der Mannen kämpft. Nein, ich weiß nicht. Das ist nur Sie. Sie können nicht sagen, dass er das nicht mehr so steht. Aber das ist nicht so. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Na, ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Das war echt kurz. Fuck. Äh, ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ich glaube, wir kommen jetzt zum vorletzten Part. Oder? Ja, vor... Äh, nee, nicht vorletzten Part, sondern vorletztes Kapitel. Ich mache ja, bevor den letzten Part will ich eigentlich gucken, dass ich sehr viele Quästen noch mache. Und vielleicht danach noch Quästen mache. Aber jetzt kommt noch kurz die Gasthaus-Szene. Was ist das, was ist das? Das ist... Das ist ein Feuerwerkzeug. Ein Feuerwerkzeug? Hey, hey, das ist doch nicht so, dass du in der Luft geholfen hast, oder? Das ist, was ich hörte, dass du in der Luft geholfen hast. Red hat bereitgestellt, um die nächste Spannung zu gehen. Los, ihr seid! Was? Ja, ciao Leute.